Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geforderten Eurozone-Budget weiter vorantreiben. Gesucht sind vor allem Möglichkeiten zur Finanzierung. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Freitag um Fortschritte beim vor allem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geforderten Eurozone-Budget-Gerrungen. Es würden Vorgaben gebraucht, sagte Euro-Gruppenchef Mario Centeno am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Macron hatte 2017 in einer Grundsatzrede zur Zukunft Europas ein Multimilliarden-Budget für die Euro-Staaten gefordert. Er verstand es als Symbol eines großen Aufbruchs für die EU, zudem sollte es die Eurozone für künftige Krisen absichern. Nach einer Einigung mit Deutschland im vergangenen Jahr im brandenburgischen Meseberg hatte die Idee weiter Form angenommen. Die Euro-Finanzminister vereinbarten in der vergangenen Woche dann erstmals einen Minimalkompromiss, der einige Fragen offen ließ. Nun ist vorgesehen, dass das Budget innerhalb des EU-Haushalts angesiedelt wird und lediglich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse dienen soll, nicht aber als Geldtopf, der in Krisenzeiten angezapft werden könnte. Einige sehen es noch als Embryo eines Eurozone-Budgets, sagte Centeno weiter. Neben Frankreich ist vor allem Spanien mit den bisherigen Fortschritten unzufrieden. Staaten wie die Niederlande und Finnland fürchten hingegen, dass das Budget von einzelnen Staaten missbraucht werden könnte, um auf Kosten aller Länder individuelle Fehler in der Haushaltsplanung auszumerzen. Behauptungen, man würde die Eurozone damit stabiler machen, sind schlichtweg falsch, sagte der linken Neu-Europa-Abgeordnete Martin Schödelwahn. Darüber hinaus soll das Budget explizit nicht zur Stabilisierung in Schieflage Gerathener Länder eingesetzt und Mittel aus dem Topf an schädliche Strukturreformen gekoppelt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017